So, heute bauen wir das PMX HD14 ein in Rotleif-Spezialbaujahr 2019. Vielen Dank, lieber Romano, wieder mal ein tolles Video von ihm und mit ihm beim Einbau eines PMX HD14 Harley-Radios von Rockford Fosgate mit Apple CarPlay und Android Auto. Aufpassen, es kann wirklich Android Auto, dazu aber später mehr. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, hier baut er ja das ein in eine Roadglide von 2019. Das Radio passt aber auch bei ganz vielen anderen Modellen von Harley-Davidson. Da haben wir eine sehr umfangreiche Kompatibilitätsliste bei uns auf der Seite. Da könnt ihr da bitte mal in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link gehen. Es passt nämlich auch bei einigen Harley-Davidson-Modellen nicht rein. Also da bitte aufpassen und ihr seht auch, da sind noch weitere Rockford Fosgate-Komponenten verbaut. Also die Harley ist hier wirklich bis ins Letzte mit Sound ausgestattet. Dafür haben wir eine eigene Playlist, wo es um weitere Lautsprecher, Endstufen und Subwoofer geht. Alles hier in diese Harley-Davidson verbaut. Also bitte reinschauen. So, anstatt die Batterie abzuklemmen, ziehen wir heute nur die Hauptsicherung. Bevor man die Stecke abzieht, sollte man sich vorher ein Foto machen davon. Damit man weiß, wo sie wieder rein können. отcornert die Batterie ab 충iegt. Got Talent. Bei diesem Einbau zeigt der Romano, was alles notwendig ist, um das PMX-HD14 zu verbauen und das sehr detailliert, also das ist absolut geeignet, um auch wirklich selbst hier Hand anzulegen. Da bitte keine Scheu, das ist wirklich einfacher als gedacht. Wenn ihr euch für die Funktionsweise, die Funktionen und die Einstellungsmöglichkeiten von diesem Radio interessiert, dafür haben wir ein eigenes Video für euch. Da bitte mal reinschauen, unten in der Videobeschreibung haben wir den Link. Wichtig ist, dass die Gummis hier drin sind. Und dann erst einschrauben. Wichtig ist, dass die Gummis hier drin sind. Die Gummis hier drin sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020